Stell dich vor, du sitzt neben Gott auf seinem Thron. Er ist dein Papa und du bist sein geliebter Sohn. Er zeigt dir dein ganzes Erbe. Er zeigt dir dein ganzes Erbe. Er gibt dir die Schlüssel. Vom Himmel reiche deine Hände. Du öffnest und schliessest. Und du bist Herr über deine Umstände. Und du bist vor allem frei. Du bist vor allem frei. All das bist du, wenn du nicht mehr für dich selbst lebst, sondern für Jesus. Stell dich vor, du kannst die Werte von Saat und zerstören. Du bist vor allem frei. Flämmte laufen. Und die Gehörluse könnte wieder hören. Du repräsentierst Gott auf der Welt. So als Jesus hat angefangen auf dieser Welt Für das hat er gelitten am Kreuz Für das hat er kämpft für dich Darum in Jesus sitzest du neben Gott Das ist so krass Was Gott Jesus für dich gemacht hat Das ist so krass Nimm es! Take it! Nimm es! Gut! Sehr gerne!